Gestern Abend machten wir die Halsspiele. Es war sehr cool. Und am Schluss kamen wir noch um vier. Wir haben am vier Mal gesungen. An diesem Tag war es eigentlich cool. Sam fand das Schatz wieder. Am nächsten Morgen haben Samuel und sein Schatz gesagt, dass sie heiraten wollen. Wir haben dann Vorbereitungen für die Hochzeit gehofft. Und nachher gingen wir in den Wald. Wir mussten dort bei einem Spiel eine Münze verdienen, damit wir Sachen kaufen konnten, damit wir Tote vom Sam und Schätzchen machen konnten. Das war es. Wir haben ein paar Mal. Wir haben einen Mann, der wir immer wieder sehen.